So, da haben wir jetzt hier aufgebackene Brötchen vom Weibenweber, knackt von gestern. Dann haben wir heute gekauft frische Brötchen Maison de Pain, Sachsenhausen, Schweizer Straße. Sind das frische Brötchen? Das sieht eher wie labbrige Masse vom Vortag aus, da bin ich etwas enttäuscht. Hier haben wir jetzt auch nochmal ebenfalls Maison de Pain Brötchen, die haben wir jetzt schon hier auf den Toaster gelegt. Aber das ist auch eher Vortagsqualität. Sehr enttäuschend für jemanden, der sich im High-Class-Segment des Brötchenbackens etablieren möchte und für seine Brötchen auch etwas mehr nimmt als der normale Bäcker um die Ecke. Das ist wirklich einfach enttäuschend, vielleicht einfach nur eine Geschichte, die mal passiert, aber ich muss sagen hier, dieses Roggenbrötchen, am liebsten würde ich es eigentlich zurückbringen, weil das geht gar nicht.